Ich arbeite für Grace Davis. Das ist ein Traumjob. Bist du nicht eine Praktikantin? Du glaubst doch nicht, dass du ihre Produzentin wirst. Margaret! Ja! Wusstest du, dass Maggie Musikproduzentin ist? Katie? Ich könnte mit ihr arbeiten. Wann fangen wir an? Mir ist nicht entgangen, dass du nicht auf deine Arbeit konzentriert bist. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Du weißt, was dir gefällt. Gut, dass wir uns getroffen haben. Tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen. Hi! Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017